So, die Steffi ist umgezogen in den hinteren Hausbereich. Da durfte ich halt genau nach ihrem Geschmack sein. Wenig Menschen, viel Platz, jede Menge Möglichkeiten zum Füllen. Auch recht wenig andere Hunde. Die Steffi ist ja auch ein selbstbewusstes Persönchen. Die wird hier keine Schwierigkeiten haben. Der Haarschnitt, wie man sieht, hat sie jetzt bekommen. Sieht echt schick aus. Der ganze Filz ist raus. So dunkel heute sieht man die überhaupt richtig. Lies sich auch hierher tragen. Das ist auch sehr super. Ein Vorhaben ist gescheitert. Sie sollte eigentlich abnehmen. Und obwohl sie wirklich Mini-Portionen kriegt, ist sie halt weiterhin zu füllig. Dann ist das halt so. Das liegt also nicht daran, dass sie viel zu viel Futter kriegt. Muss man natürlich schauen, dass sie da am Haus gestreut wird. Und dass sie da jetzt halt nicht voll zuschlagen kann. Weil sonst... Da. 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 Schreib noch mal.